Und braucht ihr da eigentlich immer so lange zum Laden, ey? So, komm, schieß. Und schieß halt nicht. So. Jetzt orientiert sie sich allen nach unten, weil die nämlich auch die Dinger mal gerne fressen. Zack. Ah, ich bin so blöd. Ich hab gedacht, äh, dass der das nicht packt. Ey, kann nicht sein, dass ich in jedem Bereich, also wenn ich in den neuen Bereich komme, dass ich dann immer direkt verrecken muss, ey. Das kann doch nicht sein. Und das Spiel habe ich auch schon mehrmals durch. So, jetzt habt ihr Spaß. So einfach ist das. Mal, lass mich doch mal los, ey. Echt jetzt. Oder ist das, äh, ah ne, ich glaube, das soll so sein. Oder auch nicht. Okay, soll so sein. Einfach mal zack. Und zack. Okay, nein. Jetzt hab ich zumindest meinen Hund wiedergefunden. So. Ja, jetzt ist er gefangen. Und ich kann hier nach links. Ich bin nochmal wieder nicht fertig, Junge, ey. Ich kann euch nicht gut leiden, Jungs. Ah, alles klar, da weiß ich jetzt auch wieder, was ich da machen muss. Boah, ist so ein Witz, oder? So, jetzt hab ich einfach mal weggedrückt. Habt ihr ja gerade schon gesehen, wahrscheinlich. Oh, jetzt fix hoch. Super. Okay. Okay, ne Menge Spaß mit schwarzen Viechern. Direkt doch einfach mal, bitte. Gucken wir mal, ob noch was ist. Nichts mehr auf dem Boden. Wunderbar. Ah. Ah, du blödes Stück, ey. Echt. So. Oh, der ist mal so. Ach, komm. Flugviech. Oh, mein Gott. Ist alles so mühselig, echt, ey. So. Okay. Ah, ich bleib lieber unten, ey. Das ist doch viel einfacher, dann. Beziehungsweise geht's viel schneller. Kommt einfach alle her. So. Wunderbar. Der war schon mal von denen. Okay, die Flugdinger sind auch tot. Und die Kletterdinger... Auch. Das ging doch mal fix. Ich hasse das, wenn die hinter mir sind. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Ah. So. Das sieht jetzt natürlich sehr wild aus, aber... Kämpfen bringt hier nix. Ich muss einfach nur so machen. Jetzt muss man abhauen, 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 abhauen. Weil jetzt können wir nämlich nicht mehr schießen. Ah. Weil der Stein nämlich kaputt ist. Jetzt sind wir wieder praktisch wehrlos. Okay, aber den muss ich springen. Jetzt wollte ich eigentlich nur mal testen. Ah, kann ich noch ein bisschen schneller, Junge. Kannst ja gleiten. Wollen wir noch ein richtiges Timing haben. Zack. Oh, das war echt... Das war echt schon ziemlich schlechtes Timing, muss man dazu sagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich jetzt hier hochklettern muss. Genau, damit ich jetzt... Ah, da geht's jetzt. Erstmal alle wegglocken wieder. Ah, ich soll sie nicht festhalten. Ah, Mann, ey. Wie habe ich's verrafft. Oh, ey. Wo bin denn alles von neu, ey? So. Krabbeln, 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 krabbeln. Oh, so. Jetzt. Krumm her, Junge. Wunderbar. Oder war schon besser? So. Jetzt. Lauf, Junge. Lauf! Achso, ich glaube, einfach renne highs auch gebracht. Oh. 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 Wow. Oh, oh. Vielen Dank.